Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Super Smash mit Maxi, Jess und Patex. Falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann viel Spaß. Ja, bring mich vor. Geht's dir immer noch gut? Ah, ah, den Arm ist in der Warnung. Ah, ah, ah. Ich muss auch kaputt machen. Dann mach ich mit. Ich bin nicht reingekommen. Oh, was? Was? Spiderman. Patex. Hä? Wo bist du? Warte, warte, warte. Nein! Jess! Nein, 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 du musst nicht fallen! Ah, hey! Bist du gemein? Ich war nur noch meine Blau, das ist irgendwie droht. Hä? Ich hab dich weggeschoben. Raider. Tra- Oh, nein! Oh, nein! Du Hund. Gib, gib. No! Bist du tot? Ich rette dich. Ich rette dich vor dem Maxi. Keine Sorge. Was ist das für ein Ding? Okay, bye. Nein, ich bin... Ich bin wohl gefreezt. Ich bin wohl gefreezt. Oh, ich will das... Oh, shit! Halt, stopp! Was? Ich komme! No! Ruhe! No! Maxi auf der anderen Seite. No! 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 Was ist das denn für ein Ding? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Nicht oben hinschießen! Schaut mal, ich bin der König der Slymes. Ah! Die Slymes! Au, 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 au. Was machst du da, Jack? Au, 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 au. Was? Ich hab dich nicht erwischt. Perteid. Leer! Was? Ich sehe keinen Slymes mehr. Schau dir das so an, wie die zu mir kommen. Ich hab's... Perteid. Lock sie alle weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Hilfe. Hallo? Was machst du mit mir? Oh, shit! Wo ist sie weg? Ich bin aus dem Fenster rausgeflogen. Was passiert? Ich hab dich weggeschlagen, Maxi. Ja, das hab ich auch gesehen dann. Fufu hat Maxi aus dem Fenster geboxt. Was? Hallo? Ja! No, was machst du? Ich schieß so viel damit. Ja, steck mich auf. Ja! Oh Gott, nein, es sind ja ganz viele! Oh nein! Oh mein Gott! Warum? Warum? Ja! Okay, seid ihr bereit, einfach unten in die Mitte zu schießen? Wir sind hier gerade ja perfekt... Ja, meine Harme ist in der Falle eigentlich. Ah, nicht auf mich! Was? Was? Warum? Warum? Ich bin instantös. Schau dir die mal an! Hä? Aua! Was? Ich bin schon wieder tot! Oh Mann! Das Ding pustet immer noch. Was passiert, wenn ich hier drüber laufe? Oh! Was passiert? Wenn ich du wäre, würde ich da mal reingehen. Oh, klatschen! Hä? Wuii! Wow! Wow! Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Oh, oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der schießt mit schießen Schieß! Der schießte mit schießen Schieß! Oh Gott... Oh Gott! Ohi, 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 ohi! Nix! Das ist wie auf Eis. Freiei! ат bikesch awhileth! Feuere! O Gott! Mach mal dieрастenflagge! Isst, ohhh! Wow! Woawawa! Wat? Ich bin ganz oben. Ich bin einfach durch die Wand geflohen. Und ich brauche... Reiner! Warte. Halt dich mal fest irgendwo. Ich kann nicht. Ich bin eine Kugel. Der Zauberstab los. Oh! Oh! Wo bist du hin? Okay. Hä? Was machst du? Ja, Patex, komm mal her hier. Ich komme! Komm, ich baue dir eine Plattform. Tschüss. Tschüss. Warte, warte. Hilfe. Könnt ihr alle hier hinlocken und ich gehe auf die andere Seite? Ich will die mal sehen. Nein! Ich hatte jetzt eine Sekunde. Willst du meine Boxkünste sehen? Hä? Äh. Töööööh. Das ist Advanced Boxing. Wie geht das? Vorsicht. Oh, shit. Ich bin heiß. Geh mal kurz darauf und dann flieg! Das ist das, was ich in der letzten Runde gemacht hatte. Wo seid ihr denn? Ja! Wie lange hält er! Oh Gott! Pufo, ich fang dich! Okay. Wack! 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 Ah nee, wir fangen runter, ne? Ich hau nicht mal runter. Ja Pufo, warum ist das nicht runter? Was passiert, wenn ich... Ja, okay... Warum bin ich so gro... Ah! Ich kann mal... Nooo! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Du Arschkumpf! Warte? nach oben wo bist du überhaupt in der seite da genau an der seite nach oben schauen nach oben aber ich verunter mich hat keiner gegriffen eine stern schnuppe siehst du das dem ja das ist der stadt der buggy was ist blauer burles oder gelbe so ganz viel kleiner okay ja ja ich will auch wir haben das gemacht die hände fliegen aber nach oben Hey, was macht ihr da? Ist oben eine Waffe? Oh, das ist... Komm ich hoch? Oh, shit! Was wird hier passieren? Wie hat den da hingemacht? Oh, Mann. Nein, nein, warum? Wir müssen nochmal einen Neustart auf jeden Fall in Mexiko geroastet worden. Oh, das warst du, ne? Ja. Ich habe einen geschossen und der war genau drauf. Mexiko ist tot. Bye. Warum hab ich waffen? Irgendjemand? Nein. Ihr kommt da nie wieder weg. Achtung, Jesse. Achtung, Jesse. Achtung, Jesse. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mich hat jemand Wahnsinniges. Maxi, 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 Maxi. Patex, 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 Patex. Hilf mir, Patex, Patex. Hilf mir, Patex, Patex. Hilf mir. Ah. Wie so ein Flummi. Nein. Aufgewollt. Mensch, genau. Oh, oh, oh. Tschüss. Oh, Mann. Du warst in der Zeit. Maxi. Ich bin gleich fertig. Ach, deswegen ist der Boden soweit. Lass gucken. Na? Lass gucken. Oh, da ist was rausgekommen. Was? Was passiert? Oh, da schmeckt sie mich an. Oh, guck mal. Ich chill hier. Oh, Jesse. Oh, Jesse. 50 Milliarden Dinge an und sich kleben. Guck mal den Händen. Jesse hätte grad den Pöbel in den Händen. Guck mal den ventilateten, Jesse. Schau doch so gut aus bei Jess. Ja. Ist so dieser Superman-Move. Oh. Das war voll weit. Oha. 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 Halt, schlafen. Oha. 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 Ich bin die Waffe. Hm. Wo seid ihr? Äh. Ich bin tot. Romeo, wo willst du hin? Es ist doch so gemütlich hier. Romeo. Romeo. Wieso bist du da reingelaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe nach hinten geschaut und bin auf einmal da reingelaufen. Wo kommst du denn? Wir brauchen Hilfe. Wie? Also, da konnte ich mich nicht verlassen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir sehr und dauert nur zwei Sekunden. Wenn ihr jetzt noch mehr von Super Smash sehen wollt, ist rechts ein Video. Links ist mein letztes, in der Mitte könnt ihr mich abonnieren und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.